Anders sein? Es gibt eine Tendenz unter vielen Christen zu denken, wir sollten in möglichst vielen Dingen und auch Angelegenheiten wie die Welt sein, solange wir nicht dabei völlig sündigen. Nicht nur anpassen, nein, 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 sondern gleich sein. In fast allem. Manchmal entsteht dieses Denken und Handeln von einem ganz aufrichtigen Wunsch, in Kontakt mit verlorenen Menschen zu kommen und manchmal aber auch aus Angst, anders zu sein. Und vielleicht gibt es auch zu anderen Zeiten Motive, die uns gar nicht so bewusst sind. Anders sein? Anders sein. So das Thema dieser Kurzandacht. Wollen wir als Christen anders sein? Oft denken wir ja auch, dass anders gleich irgendwie verkehrt bedeutet. Sind wir verkehrt oder sind die anderen es? Dieses Denken ist schlicht und ergreifend verkehrt. Das Wort anders dient einfach nur der Kennzeichnung von zwei unterschiedlichen Denk- oder auch Handlungsweisen. Gerade wir als Christen wollen aber gar nicht so oft anders sein. Stimmt's? Und genau diese Tendenz ist zu beobachten im privaten sowie im öffentlichen Leben und in unseren Gemeinden heute. Gemeinderäume müssen zu Wohlfühloasen werden und eine Bar oder ein Ober, oh, Entschuldigung, äh, Diener, wir sind ja bei Christen. Ah, das geht aber auch nicht, Sonst bekommen wir es mit der Antidiskriminierungsbeauftragten in unserer Gemeinde zu tun. Also, ein Diakon, in, muss man ja sagen, bringt die Getränke und Snacks für die Zeit während des Inputs. Früher haben wir mal Predigt dazu gesagt, aber heute, das klingt ja viel zu verstaubt und antiquiert. Äh, das trifft auch nicht mehr so die Zielgruppe unserer Influencer. Gottesdienste müssen getaktet sein und vor allen Dingen gute Bühnenshows abliefern. Der Input sollte einen guten Moderations- und Talkcharakter haben, auf Barhockern oder in Sesseln. So, und jetzt bitte spannend, kurzweilig, aber nicht zu herausfordernde Themen behandeln, bitteschön, ja? Stopp! Wir Christen müssen uns der subtilen Versuchung bewusst sein, uns einfach anzupassen und wie andere zu sein. Und hier erinnert uns Paulus im Brief an die Epheser daran in Kapitel 4, Vers 17. Ich will vor Gott bezeugen, dass ihr nicht mehr leben sollt, wie die Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Hiermit wird also ausgedrückt, dass unser Leben, andere Übersetzungen sagen Wandel, anders sein soll. Und auch muss als der von Ungläubigen, also die, die Jesus Christus noch nicht kennen und keine persönliche Beziehung zu ihm haben. Warum? Weil wir anders sind. Das meint nicht besser zu sein, absolut nicht, aber eben anders. Ein Gläubiger, der versucht, wie ein Ungläubiger zu sein in seinem Leben, in seinem Wandel, in seinem Reden und in seinem Denken, das ist wie ein quadratischer Stift, der in ein rundes Loch rein soll. Es passt einfach nicht. Im Römerbrief hat Paulus schon einmal eine sehr deutliche Ansage gemacht diesbezüglich. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Aber lassen wir uns als Christen von dieser ganz bewussten Trennung zur Welt doch nicht so unterkriegen. Wir verpassen doch gar nichts, wenn wir anders sind. Wir folgen Gottes Ruf. Und das bedeutet, ein Leben mit Ewigkeitsperspektive zu führen. Wir marschieren eben zu einem ganz anderen Takt, wie die Welt ihn hat. Wir haben ja auch einen ganz anderen Herrn. Unsere Augen wurden dank unseres Herrn Jesus Christus für ewige Realitäten geöffnet, die die Welt, die Verlorenen einfach so nicht sehen. Und nur weil wir anders sind, sollten wir bloß nicht arrogant oder sonderbar sein. Das sind viele von uns sowieso schon. Selbst unter Christen gibt es ja auch ganz besonders sonderbare Heilige. Aber wir sollten erkennen, dass wir anders sind, weil wir Gläubige an Jesus Christus sind. Du bist vom Geist Gottes wiedergeboren worden, wenn du Jesus deine Lebensführung übergeben hast. In dir ist etwas Einzigartiges passiert, das in denen, die nicht an Jesus Christus glauben, einfach nicht oder, sollte ich hoffnungsvoll sagen, noch nicht passiert ist. Lebe also nicht so, als ob es nicht passiert ist. Denn es ist etwas sehr Entscheidendes passiert. Du bist Kind Gottes. Du bist anders. Ja, wir sind anders. Aber trotzdem leben wir mit beiden Beinen noch hier auf dieser Erde. Das hat Jesus ja selber sogar von sich und uns gesagt im Johannes-Evangelium. Johannes 17, Vers 14, da heißt es bis Vers 16, Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Wir als Christen sind also anders. Und das ist richtig und das ist gut so. Wie schon erwähnt, haben wir Ewigkeitsperspektiven. Unser Bürgerrecht als Christen ist im Himmel. In Philippa 3, Vers 20 heißt es, Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten als den Retter. Ganz praktisch, sei anders in deinem Denken. Wir sollten auf Jesus ausgerichtet sein. Was ist dein und mein erster Gedanke am Morgen und der letzte am Abend? Das Denken bestimmt unser Reden und unser Handeln. Wir dürfen unseren Gedanken freien Lauf geben, aber bei weitem nicht in allem, sondern im biblischen Rahmen muss es sein. Nehmen wir Gedanken, die nicht okay sind, so wie die Bibel es sagt, gefangen? Sei anders, das Zweite, in deinem Reden. Wesstes Herz voll ist, das geht der? Ja, Mund über, so die biblische Anweisung. In unserem Reden sollten gerade wir Christen ja einen signifikanten Unterschied machen. Kraftausdrücke, Flüche, zweideutiges Reden, das entspricht einfach nicht dem Willen Gottes. Und das Dritte, sei anders in deinem Handeln. Nicht das Irdische hat die erste Priorität, sondern das Göttliche. Kann Jesus bei all unseren Aktivitäten mit dabei sein? Wo ziehen wir eigentlich Grenzen und machen eben nicht alles mit? Sind wir uns als Christen unseres Titels, nämlich Botschafter Christi zu sein und unserer Stellung ein heiliges Kind Gottes zu sein, sind wir uns dessen bewusst? In diesem Sinne, willkommen in der Gemeinde Jesu, die anders denkt, spricht und handelt wie die Welt. Amen.